Musik Ich freue mich sehr, Sie auf der diesjährigen World of Synergy begrüßen zu dürfen. Wir haben 16 tolle Partner dabei, die Ihnen Ihre innovativen Produkte und Konzepte zeigen. Erleben Sie das live vor Ort und lassen Sie sich von uns inspirieren. Musik DeWender Food Service hat sich quasi auf die Fahne geschrieben, Synergien zu schaffen, und zwar auf allen Ebenen der Prozesskette. Musik Wir suchen hier den Kompetenzbereich und neue Synergien mit der Firma DeWender zusammen, was die letzten Tage auch sehr gut hier auf der Internaga funktioniert hat und sind hier auch mit der Organisation und der Kundenfrequenz sehr, sehr zufrieden. Wir sind schon für das dritte Mal auf der Internaga und eigentlich mit mehr und mehr Erfolg. Ich bin sehr zufrieden mit den Besuchern, haben viele gute Kontakte gemacht. Wir sind ganz froh, dass wir bei DeWender Food Service dabei sind und sind hier auf der Internaga, haben tolle Kontakte schon geknüpft. Die Kommunikation im Vorfeld war sehr schön. Die Ausführung der Messe ist wunderbar. Es ist sehr gut besucht. Die einzelnen Stände untereinander arbeiten sehr schön zusammen, was für uns ganz viel Spaß macht auf dieser Messe. Wir wissen jetzt mit DeWender, dass wir die Distribution, die Logistik sehr gut unter Kontrolle haben. Ich kümmere mich zum Beispiel um die Firma Yorda. Es ist ein junges Unternehmen mit einem neuen Produkt auf dem Markt. So, jetzt sind wir hier auf der Internaga. Das ist ja eine ganz schön große und anstrengende Messe, muss ich mal sagen. Aber macht Spaß. Wir haben jede Menge sehr, sehr gute Kontakte hier. Es ist sehr spannend, wie man sich gegenseitig, sage ich mal, die Themen zuspielt, mit Kunden spricht, sich gegenseitig empfiehlt und natürlich auch empfohlen wird. Und es hat irgendwie was Magnetisches. Ich bin zuständig im Team DeWender für Produktentwicklung, Messevorbereitung und Verkostung. Aufgrund der Vielzahl von Produkten, die immer wieder neu kommen durch neue Anbieter, durch neue Produkte, macht das Entwicklung von Rezepturen riesig Spaß. Warum wir hier bei der Firma DFS sind, hat einfach den Hintergrund, dass wir neben einer Vertriebskooperation auch perspektiver drüber nachdenken, eine Logistikfunktion hier zu bündeln. Ich bin sehr glücklich. Unsere Tradition auf der World of Synergy, Spenden für den guten Zweck zu überreichen, haben wir dieses Jahr neu gestaltet, in dem wir mit unserem Nachbarn Frischli eine Afterwork-Party organisieren, zu der unser Freund Johann Lafer kommt, um Spenden zugunsten krebskranker Kinder zu überreichen. Ich bin gerne dabei und ich finde auch, das, was ihr macht, ist einfach großartig. Konvenienzprodukte, Vollkonvenienz, Halbkonvenienz, je nachdem, wie ich es gerne hätte, kann ich natürlich nach meiner Kochphilosophie, nach Basis Herz- und Kopfnoten, dementsprechend veredeln und kriege ein super tolles Gericht raus. Vielen Dank für Ihren Besuch auch in diesem Jahr. Wir freuen uns über eine tolle Resonanz in der Welt der Synergien, in die Sie eingetaucht sind. Bleiben Sie uns gewogen und schauen Sie auch gerne in Zukunft auf unsere Webseiten bei DFS und den entsprechenden Partnern. Wir sind entsprechend verlinkt und immer gerne für Sie da.